Wenn ich an den Angriff denke, dann tut mein Herz weh und ich bekomme Angst. Mein größter Traum, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche mir bald wieder in meine Heimat zurückkehren zu können und dort ein glückliches Leben zu führen. Caritas und Du Ich wünsche mir bald wieder in meine Heimat zurückkehren.